wir haben uns jetzt auch mal diesen stinkefisch geholt und mal schauen ob der wirklich so schlimm ist ich glaube ganz normal vielleicht riecht er ein bisschen aber ich kann mir das nicht vorstellen der ist gar nicht so der ist gar nicht so schub ich bin am mittagessen kochen das ist gar nicht so schlimm das ist gar nicht so schlimm Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mama, das stinkt. Der ist so schlimm. Das stinkt so richtig. Probier. Probier den jetzt. Mit Maggie schmeckt alles besser, hast du gesagt. Du hast gesagt, den liebst du. Ja, cut.